Das PEM der RWTH Aachen ist elektrisiert von einer Zukunft der nachhaltigen Mobilität. Dafür gestaltet PEM Innovationsprozesse radikal effizienter und bietet technische Forschung und Beratung in allen Bereichen der Elektromobilproduktion. Zunehmender Individualisierung und Flexibilisierung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen begegnet PEM durch das Return on Engineering, Industrialisierungsprozesse in der Hälfte der Zeit zu einem Zehntel der Kosten. Im Themenfeld flexibler Karosseriebau erforscht und entwickelt PEM Technologien und Gestaltungsansätze, die den Karosseriebau flexibler machen. So werden beispielsweise Vorrichtungen durch Steckverbindungen ersetzt, mehrere Stationen untereinander vernetzt und die Fügetechnik entsprechend angepasst. Das Kernelement eines Elektrofahrzeugs ist die Batterie. Seit vielen Jahren ist PEM führend im Themenfeld der Batterieproduktion für die Lithium-Ionen-Batterie. Dank einer vollständigen Fertigungslinie für Pouchzellen, Module und Packs kann kooperativ geforscht werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Forschungsideen direkt zu erproben. Im Battery Abuse Center können Batterien getestet und beispielsweise nach ECE R100 zertifiziert werden. Bei der mobilen Montage steht dezentral, gebäudeunabhängig, hochflexibel, autonom und digitalisiert Montieren im Vordergrund. Die von PEM entwickelte Funktionsplattform für autonomes Fahren ermöglicht die Automatisierung unterschiedlichster Betriebsmittel. Dabei werden aktuelle Konzepte autonomer Straßenfahrzeuge für die Anwendung im Produktionsumfeld weiterentwickelt und demonstriert. Grundsätzlich gilt, Ideen müssen früh anfassbar gemacht werden. Ziele des Primotypenbaus sind daher, frühe Primotypen für einen schnelleren Lernprozess zu integrieren und die Industrialisierungszeiten zu beschleunigen. Um dies zu erreichen, setzt PEM beispielsweise den 3D-Druck ein und steigert die Technologiereife in der Produktvorentwicklung durch dynamisches Reifegradmanagement. Aufgrund eines breiten Industrienetzwerks, topqualifizierter Mitarbeiter sowie modernster Infrastruktur ist das PEM der RWTH Aachen der ideale Partner für die agile Entwicklung und effiziente Produktion einer nachhaltigen Mobilität. Einète-D entspannung. Benioх fiz bizz Was lief zugesehen wird, wenn die Technologiere abgestigt wird,